Heiland und Tau sprechen, dass wir uns allen gut sein und unseren anderen. Das ist ein von den Dingen, wo viele Christen manchmal ein Wettkart kommen. Du wirst auf eine Städte in der Olle, Tante, Ewe geblieben. Sie hat eine große Familie, so ist dort manchmal viele von uns erst. Und in solchen Familien, du hast dann manchmal Uneinigkeit, manchmal Geschwister, so wie dort hier auch. Dass wir nicht öffentliche Zahn, aber dass wir immer zu sparen, zwei von den Sechsten in der Familie, die wir nicht recht gut. Nun kommt das so heran, dass die Mann, die wir gestorben, wir diese Olle, Tante, allein immer geblieben. Sie wohnt in einem kleinen Häuschen mit zwei Storben. Und ihre älteste Tochter, die wohnt nicht sehr weit auf, die kann man alle Tage besitzen. Wie sie wissen, die Olle Mutter, die wir schwach, in der sie wohnt so durchbüht, sie möcht sich die mehr alle Tage. Dann sagt sie ihr letzt, dass die Olle Mutter, die sagt, fast immer am Tisch mit ihrer Bibel. Und dann meine ich mal, wann sie so oben schenkt, dann sagt sie, dass die Sorte beim Licht. Die Üren hat sie Tau in den Lappen, die Reden, aber sie wisst, dass die Mutter wir im Gebet. Aber sie dachte immer, dass wir jemand, sie bahn sich so noch vor da, vor da wir doch alle paar Jahre gestorben. Und die Mutter redet immer von, wo einsam dort wir, nur noch dem dort, vor da wir war gestorben. Nur einen Tag, dann kommt die Älteste Sester daheim, dann ist aber keine Antwort, dass sie ohne der klappt. Dann geht sie doch in den, dann legt die Olle Mutter im Bad und kann nicht allein ab. Dann ruft sie meine Hilfe und dann bringen sie sie in den Hospital und dann geht sie als die Sester alle Geschwister für das Tieding schicken. Die kommen auch alle kicken. Sie wanken ihrem Monat nur die Mutter, ihr Hüsen holen, verschiedene Sachen, wort er fehlen. Aber ebenso sind sie doch nicht bänen. Und das geht mal so ein Pordell, dann stofft die Olle Mutter. Dann kommen die Kinder alle Tau und dort Hüste. Dann wird Schwinn berät, wo sie das Begrafen ist worden haben, wer da reden soll und so wieder. Dann haben sie das Begrafen ist und wie es einige von den Kindern von Wiedaufsland gekommen sind, dass das Begrafen ist, dass das Begrafen ist, dann wird berät, dann werden wir nun morgen vor uns, dann muss er Hüste getaubt kommen zum Morgenst und berät uns, was wir wollen mit den Sachen tun. Das wird jedoch abgeräumt. Und dann sagt sie als die Sester, sie hat einen Schlädel und sie wird an den Wissen in Klackentät da sein. Dann, als sie in die Hand kamen, dann stohlen da alle mehrere von den Geschwistern rein in Lüren. Sie schlitt dort ab, gönnen sie alle Taupe nähen. Dann sagten sie, der Dohle und alle Mann ist stell. Keiner sagt was. Das ist so anders. Nun ist die Mutter nicht da. Das ist nicht so stell und so fremd. Wer wird nun den Anfang machen? Wer wird das Läden, was wir hier nicht bereden wollen? Keiner sagt was. Und mit einmal sagt einer von den Brüdern, wo kommt das? Das Mutter ihre Bibel, der liegt hier noch oben auf dem Tisch. Und wie sei hier doch alle Eierbäne gewesen, habe ich nicht bemerkt, dass die da so oben lag. Nee, sagt einer andere, das habe ich auch nicht bemerkt. Wer habt ihr da angelegt? Keiner hat dort. Die liegt doch bloß so. Das haben sie erst bloß nicht bemerkt. Dann sagt einer von den anderen, das Lademessus, wenn sie, sei doch besonders, wird geteckenhaft. Dann sagt er zu den Älsten, das heißt, er lasst uns dort im Offen, was du sagst. Na, dann nimmt sie die Bibel und checkt dort hinab. Dann ist dort im dritten Kapitel von Johannes. Dann sind dort zwei Farschen geteckend. Dreiendartig und feierendartig. Und du lest, wieso ist das? Liebe Kindlein, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen, sage ich jetzt auch euch. Ein Neugebild gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Auf dass auch ihr ein anderer lieb habt. Als die Zester, die ihr lest habt, dann ist sie schnell. Keiner sagt, wo, dann mit einmal kriegen sie alle ein ganz besonderes Gefeil in dem Haus. Als wenn da was sehr abdreckend ist, ob jeder einem sie hört. Doch während keiner was sagt, steht eine Zester mit einmal ab. Von einer Seite von der Stoff. Und die andere, von einer anderen Seite von der Stoff, steht auch ab. Die beiden gehen sich entgegen, foten sich armen Frauen um Verzeihung und senden sich Geld. Die anderen wäschen sich die Thronen. Und dann sagt der Älteste, das heißt da, nie weite ich, wo der Mann immer so gebet hat. Oh, wann die das doch auch könnt sein. Wenn sie das noch auch könnt beleben, dass hier Verzeihung ist, mein ganzes Geschwister. Was wurde dort haben für eine Freude gejagt. So heißt das mit der Gebetserheihung. Die kämpft nicht immer in diesem Leben zu der Frucht. Doch oberhafte Herr, ihr Gebet erhielt. Die Mutter, die hat so da am Gebet. Dort ihre Kinder, wann sie sich auch nicht öffentlich zankten. Doch wann einer wie alt wird, dann wird die andere nicht. Sie sperrt, ob die Trocken sich trägt. Und wir haben manchmal so gesperrt, weil christliche Familien, und noch sogar an sie jähend, wo auch so ist. Und wenn wir uns diese Fahrechen auch annehmen, wo diese Mutter gebet hat, dass wir uns doch alle können in ihren anderen Gott sagen. Nicht allein bloß die Familie, ihr Schwestern, sondern auch die Glaubensgeschwister. Dass wir uns einer den anderen können mit dem Motto sprechen und Gott sagen, verdrehen und einer für den anderen beten, dann dort ist Gottes Wahl für uns.